Lacht, die Premiere. Schön. Sie fragen es, meine Ferkel zu zerstören. Glauben Sie, ich beuge mich? Genau wie Sie. Sie dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet, weil Sie keine Fantasie hatten. Weil Sie keine Künstler sind. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren. Und Sie wollen mich aufhalten. Aber Sie haben versagt. Denn mit der Macht des Kerns kann ich auf ewig Kunst erschaffen. Es gibt keine Macht des Kerns für dich. Siebten Ordner ein Pokémon geholt. Hast du? Warte mal. Welches Pokémon? Hast du dir jetzt auch eine Switch gekauft, um Pokémon Purpur zu spielen? Oder wie? Ich weiß, als wir jetzt gespielt hatten, hattest du weder eine Switch noch Purpur, meines Wissens nach. Ups. Beide Teile. Ja gut, ob man beide Teile jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Weihnachtsgeschenk von mir selbst. So wie meine Grafikkarte mein Weihnachtsgeschenk von mir selbst war. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer Grünschnäbel zu beugen. Keine Ablehnung mehr durch plumpere Einfallpinsel. Endlich habe ich die Freiheit, das zu sein, was ich immer war. Ein Künstler. Und mir steht die beste Leinwand aller Zeiten zur Verfügung. Endlich wird der Name Stefano Valentini in aller Munde sein. Ein Game Boy Advance. Oh, sowas habe ich nicht rumliegen. Ich habe die Silberner Edition hier irgendwo rumliegen. Und sonst habe ich erst wieder alle Teile ab dem DS. Meine ganzen Game Boy Advance Dinger. Ähm. Habe ich leider alle nicht mehr. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob ich sehen will, was da alles sitzt. Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Oder? Wir auch haben Goldene und Silberner ebenfalls. Oha. Rika ist ein richtiger Sammler. Die beste Unterhaltung muss einmal enden. Das Mädchen. Wo ist sie? Ein Lob, dass sie es so weit geschafft haben. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform, wären sie ein Meister. Vielleicht kein Michelangelo. Aber mindestens ein Land. Genug von diesem Kunstmist. Wo ist sie? Der Kern ist sicher bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Es ist er. Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne, wie könnte ich sie da gehen lassen? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Ich will seine neueste Kreation nicht sehen. Er ist ein kleiner Psychopath. Er ist ein kleiner Psychopath. applied coach notice in dem Museum to operieren. Wunderschön. Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Wunderschön. Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Und wie kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Ihre Furcht so inspirieren. Nichts befeuert Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. Okay. Typ, du gehst mir auf den Keks. Sowas kommt mir doch bekannt vor. Alle im top Zustand. Wenigstens alle hübsch irgendwie eingerahmt oder so. Alter. Misch das Kameramonster jetzt auch noch mit. Oh scheiße. Erhöhlen für die Edition. Sowas habe ich mir gedacht, Baker. Da händelte ich danach. Vielleicht komme ich da jetzt sogar noch hin. Ja. So, danach noch da unten. Huckst du bitte weiter? Danke. 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 Da vorne muss ich danach hin. Und dann... Da drüben... Am besten den vorderen. So einen richtigen Sammlerhüllen. Diese Plastikdinger, in denen die früher zum Kaufen eingeschweißt... Ey, kennst du die Dinger noch? Diese Hartplastikhüllen. Wo die früher zum Kaufen eingeschweißt waren. Chillst du mal, du Kamerading? Nicht solch. Ich google gleich mal. Okay. Da vorne am besten. Frage ist, ob da noch irgendwas hinter gewesen wäre. Okay. Ich war mir gerade hart uneinig, ob das Poltern vom Spiel kommt oder von draußen. Oh, ne Sicherung. Da unten muss ich hin. Ach, herrje. Es schummelt! Vielleicht erst mal hier hin. Wieso so... Hä? Da war doch gerade noch Schatten. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Da ist doch Schatten. Schatten. Da stehe ich nicht ganz. 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 Hey, da vorne muss ich hin. Oh, alles geht kaputt. Lauf, Sebastian, lauf! Oder warte, ich mach ein Foto und schmeiß den Discord. Ey, Becca, das ist... Wäre halt sonst mal eine Idee gewesen. Mach doch einfach ein Foto, aber ich wollte dir jetzt keine Umstände machen. Aber schön, dass dir auch aufgefallen ist, dass wenn du sie zu Hause hast, dass du sie auch einfach fotografieren könntest. Ein Spiegel. Eine Sicherung. Rotes Gelee. Nägel. Eine Spritze. Schießpulver. Vielleicht... Was ist da gerade im Boden verschont? Habe ich das Tuch hiervon? Okay. Vielleicht lohnt sich der Spiegel ja sogar gerade. Miau. Miau. Und 6000 grünen Gelee vielleicht. Nicht? Wie denn dann? Ich habe ja schon mal gevelopes Hand' vor. Ihnen steht eine Ihrer größten Herausforderungen bevor. Sind sie bereit? Mit Ihrer Hilfe? Hoffentlich ja. Sie brauchen mehr als meine Hilfe. Vielleicht können Ihnen noch andere helfen. Die das gleiche Ziel haben. Ich habe noch niemanden getroffen, falls es Sie überhaupt gibt. Und ich kann nicht auf Sie warten. Hoffentlich sind Sie bereit. in ihnen ist noch so viel wut und unsicherheit vielleicht aber lily braucht mich ich muss es versuchen und wenn sie dabei sterben das habe ich nicht vor man nicht sterben ist doof munition und grünes gel wenn dein angriff dir so viel schaden zufügt dass du sterben würdest bleib stattdessen mit einer geringen mengen gesundheit im leben das möchte ich das kann ich nicht das kann ich so toll mehr kann ich schon wieder nicht hier noch irgendwas sinnvolles herstellen munition rauch bolzen hapunen bolzen kann ich drei stück noch herstellen das ist gut so kann ich noch eine waffe für was sein sinnvolles wäre ein psychiater für sebastian ich glaube sebastian war schon oft ein psychiater ich glaube dem hilft kein psychiater mehr ich glaube dem hilft kein psychiater mehr nur alles totschießen hilft ja oder draufhauen oder zu zu axten oder weiß ich das ja auch ob ich da durchlaufen nein ich sehe dich hier war ich schon mal kommen sie ich erwarte sie mein nächstes werk wird faszinieren ich weiß nicht ob ich die unterwerfung ihres willens das wird kunst in jeglicher hinsicht ich glaube ich gehe lieber die treppe runter aber das ist kunst ohne ein publikum ich brauche sie hier um das werk zu vollenden achso das werden wir ja sehen ok ich dachte er wollte dass ich mich auf den stuhl setze oder so ja mach halt alles zu ich will da auch eigentlich gar nicht lang die bilder halt neben einfach nebenher spawnen ich finde das so gut gemacht da ist ein freier bilderrahmen also noch zwei frei drei oh da liegt noch was loot 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 erste hilfekoffer erste hilfekoffer vier 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 kalten kannst du wenn die sniper nicht so scheiße munition kohe oder unter schießpulver kosten würde für die munition dann würde ich dalle auch die macht halt schaden aber sie hat dann halt unheimlich wenig schuss was soll das denn heißen was soll das denn heißen was habe ich denn drauf Du willst mich hauen, oder? Sebastian Castellanos. Alles bübbert, ja.